Nach Deutschland zurück. Es blüht und grünt da draußen. Vielerorts scheint die Sonne der Frühling in vollem Gange. Und was das einen Freude ist, ist das anderen Leid. Denn wo Blüten sind, da sind auch Pollen. Und die sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für mehr als 15% der Deutschen der Beginn einer sehr langen Leidenszeit. Der Heuschnupfensaison nämlich. Und die wird immer länger und auch aggressiver. Und übrigens, auch mit der richtigen Ernährung kann man einiges gegen Heuschnupfen machen. Welche Lebensmittel Allergikern helfen können und welche sie eher meiden sollten, erfahren Sie auf brisant.de bei uns im Netz. Die erstaunliche Bilanz der Wohnungsdurchsuchung bei Daniela Klette gibt es jetzt in unseren Kurzmeldungen des Tages für Sie.